Hallö, Lichtfreude und Willkommen zu einer neuen Folge von Simple Plains. Und manche Leute warten ja immer noch darauf, dass ich eine Baufolge mache. Ich will momentan erstmal ein bisschen von meiner Liste abarbeiten, so gut es geht. Und nächste Woche wird aber auf jeden Fall mal wieder eine Baufolge kommen. Ich bitte ein wenig um Geduld, aber die Liste ist so lange, was ihr mir geschickt habt. Ich muss da einfach mal ein bisschen abarbeiten. Ich würde sagen, wir starten auch direkt und fangen mit drei Flugzeugen von Seraphinium an. Okay, die sind jetzt zufälligerweise alle direkt an erster Stelle. Schauen wir einfach mal rein. Barium, Axiel Barium. Das sieht ja lustig aus. Das hier erinnert mich an eine Form, die nicht die Jugend frei ist. Jeder kann sich da jetzt selbst sein Teil zu denken. Aber ich führe das jetzt nicht weiter aus. Aber richtig nice, ey. Zwei Flügelpaare und dann hier die Raketen in so eine Mulde gesteckt. Ich bin mal gespannt, wie stabil die Flügel sind. Da fällt auf jeden Fall gerade schon mal was ab, wenn man losfliegt. Aber wir starten auf dem Airport. Ja, irgendwie irgendwas fällt da runter. Hier, das soll so ein Abstandshalter sein zwischen den zwei Flügelpaaren. Auf der Seite auf der Außen, ne, hier und hier hat es komischerweise funktioniert. Das ist interessant. Warum, keine Ahnung, aber... Trousant. Das ist total strange, die Form. Mal gucken. Oh, das fliegt aber nice. Was ich extrem geil finde, muss ich... Äh, das... Muss ich einfach loswerden hier hinten. Das Höhenleitwerk und Seitenleitwerk. Das sieht richtig nice aus. Richtig schön modelliert und ein bisschen Formen drin. Das gefällt mir echt gut. Und das fliegt ziemlich nice, das Teil. Ach du Scheiße, nein. Ein FPS-Crasher. Da muss ich aufpassen, da darf ich nicht so doll schießen, aber ich gehe jetzt mal kurz... Ah, sehr schön, die Kamera ist ganz, ganz weit vorne. Da gehe ich jetzt einfach mal auf Jagd. Mal kurz gucken, ob ich mit dem MG die Dinger wegmachen kann. Was habe ich denn an Waffen dabei? Interceptors und Rocket Pods, okay. Aber probieren wir erstmal mit dem MG. Lole, das sieht so krank aus. Aber es fällt runter, das Zeug. Das schießt nicht wirklich weit. Wow. Aber irgendwas habe ich getroffen. Irgendwas ist da explodiert bei dem Carrier. Oh, krass. Wie ich zwischen den Schüssen durchgeflogen bin. Alter Falter. Ach, Alter. Und jetzt geht alles in die Luft bei dem Carrier. Und ich glaube, der sinkt sogar. Ja, ich glaube, der sinkt. Übrigens zur letzten Challenge nochmal. Ich habe jetzt von verschiedenen Leuten verschiedenes gehört. Manche Leute sagen, man braucht zwei Infernos für einen Kreuzer. Manche sagen, man braucht vier Infernos. Was ist denn jetzt richtig? Also der Haupt-, also der Tenor sagt wohl, es sind zwei notwendig. Aber er kann dann wohl noch schießen. Aber gut, wenn er dann halt gesunken ist, dann ist ja eigentlich egal. Alter, das hier ist richtig krass. Du machst dir immer voll die Arbeit mit den Flügeln. Das finde ich total cool. Ja, alles so gegenseitig abgestützt. Da wackelt auch nichts. Serafinium, ist da was gemoddet oder ist das einfach richtig gut und richtig fummelig zusammengebaut? Das würde mich mal interessieren. Auf jeden Fall mega cool aus. Da machst du unserem Seras ja noch Konkurrenz. So, und ich versuche das jetzt mal. Ich lade jetzt mal zwei Infernos auf den hier. Ah, das tut wirklich schön stabil. Das ist angenehm. So, zwei Infernos auf den. So, und da kommen schon die Raketen an. Gerauscht, aber die gehen weit vorbei. Scheiße, ich wollte eigentlich... Ja, aber tatsächlich, der sinkt. Ich wollte eigentlich zwischen den Schüssen durchfliegen, aber es ist gar nicht mal so einfach. Tschüss, liebes Cockpit. Aber da habe ich jetzt gar nicht die Flügeigenschaften getestet. Wow, muss ich noch kurz machen. Ups, jetzt habe ich aus Versehen zu früh. Das Fahrwerk eingepackt. Aber guck mal, wie schön die Raketen alle verpackt sind. Wenn die alle noch halbwegs funktionieren, ist das cool. Aber man kann nicht einfach wieder die Gruppen abschießen, indem man die Zahlen drückt. Okay. Das schlägt ziemlich ordentlich. Wackelt auch nicht nach. Das ist mir ja immer wichtig. Ich glaube, das habt ihr aber mittlerweile schon gemerkt. Die wenigsten Flugzeuge von euch wackeln noch nach, wenn man gelenkt hat. So, jetzt gehen wir mal kurz in den Canyon mit rein. Oh, da kann man, glaube ich, ziemlich gut durch den Canyon jagen. Aber ich mache mal kurz die Orbit View. Ich weiß nicht. Ich mag die Orbit View am liebsten, weil man da am einfachsten die Kamera verändern kann. Raus, 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 raus. Das wird sonst knapp. Ui, 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 ui. Ja, das war knapp. Ah, das ist aber schön. Auch die Farbgestaltung gefällt mir wieder außerordentlich. Außerordentlichst. Jetzt muss ich mal nochmal nachfragen. Serafine, bitte in die Kommentare schreiben. Ich glaube, warst du das... Ne, Moment. Ich möchte niemanden irgendwie falsch irgendwas in den Kopf stellen. Warst du das Mädel oder bist du ein Kerl gewesen? Wir hatten irgendein Mädel bei uns auch regelmäßig in den Kommentaren. Und ich... Warst du das? Wenn wir nicht, bitte nicht böse sein. Ich versuche mir immer quasi das, was ich über meine lieben Abonnenten so erfahre, so aus den Kommentaren heraus, versuche ich mir immer zu merken. Aber bei der Menge ist es natürlich irgendwann nicht mehr so ganz einfach. Und das hier, kann es sein, dass du das für die Challenge nicht umgebaut hattest, weil das super gut in der Luft liegt? War das nicht das? Ja, das könnte das gewesen sein. Guck mal, das liegt... Boah, Alter, war das knapp. Das liegt wie ein Brett in der Luft. Das ist geil. Hups. Hups. Das war knapp. Quasi ein Segelflugzeug mit Düsenantrieb. Komm, wo kommt die Spiegelung? Ah, da ist die Spiegelung. Guck mal, das sieht auch nice aus, oder? Krass. Nett, richtig nett. Jetzt tauchen wir nochmal richtig ein. Aber das kennen wir schon, ja. Das war auf jeden Fall das von der Challenge, ne? Da waren noch ein paar Raketen dran und so. Schön. Fliegt halt wie eine 1. So, jetzt kommen wir zu einem Prototyp von Lars DLP. Eine Boeing 747. Ich hab mir die schon mal angeguckt. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zu kritisieren. Aber das kennt ihr ja von mir. Ähm, nur zur Info, das ist jetzt halt auch ein bisschen, ein bisschen fies. Ich war ja mit meiner Freundin einen Tag in Speyer, wie gesagt, C-Life und Dom und waren halt auch im Technikmuseum, übrigens im Technikmuseum Speyer und nicht in Sinsheim. Es gibt zwei direkt quasi nebeneinander, was ich nicht wusste. Und da haben sie halt auch ne Boeing 747 aufgebockt auf so ne riesen, auf so ne riesen Säule. Und das hat halt nicht viel mit ne Boeing 747 zu tun. Es tut mir leid, aber so ist es. Ähm, klar, gut, der Rumpf, dass der rund ist, das ist klar, aber das ist ja immer so ein... Was passiert hier? Äh, das ist ja klar, bei Simple Plans nicht so einfach runde Sachen zu bauen. Und ich hoffe, dass die irgendwann noch Bauteile darin bringen, dass man die auch noch, ähm, rund machen kann, große Bauteile. Warum gehen denn die Triebwerke da nicht an? Ich habe jetzt alle Gruppen angemacht. Ah, ne, die 1 habe ich nicht angemacht. So, dann gehen die jetzt auch an. Ähm, ja, die Form, gut, ist halt so, ne. Kann man nichts dran ändern. Aber, wo fange ich an? Eine Boeing 747 wird nach vorne hin höher. Weil hier oben, glaube ich, die Brücke drin ist, also das Cockpit drin ist. Hier vorne wäre da quasi, glaube ich, erste Klasse. Das Problem in dem Speyer, in der 747 war, ähm, da haben sie halt alle Sitze und so ein Krempel rausgerissen. Damit man da halt ordentlich drum herumlaufen kann. Und deswegen hat man da nicht so gesehen, wo jetzt Economy, wo Business und wo First Class ist. Aber ja, nach hinten, ähm... Ach, ich weiß gar nicht. Ist es keine 747-Punkt aus... Das ist ein schönes Transportflugzeug. Auch der Abstand, ähm... Einfach von hier nach hier ist es einfach zu groß. Und vor allem die 747 hat die Flügel nicht oben, sondern unten. Also, so relativ weit unten. Wenn ich mich da jetzt nicht vollkommen täusche. Nenn das Flugzeug einfach anders. Nenn es irgendwie großes Passagierflugzeug. Und dann bin ich damit zufrieden. Ich will jetzt mal kurz ins Cockpit gehen. Ich habe nämlich gesehen, da wurde irgendwas reingezimmert. Guck mal, hier mit einem funktionierten Joystick. Das ist schon mal sehr geil. Funktionieren der Schubhebel. Das ist cool. Allerdings, das hier funktioniert nicht. Aber gut, das ist jetzt nicht ganz auf hohem Niveau. Alleine, dass das hier funktioniert. Ich hoffe, vielleicht hast du es ja selber gebaut. Umso größer dann die Leistung. Habe ich immer noch nicht ausprobiert. Müsste ich irgendwann mal machen. Aber... Oh, sehr stabil das Teil. Aber das steht jetzt ganz weit unten auf meiner Liste. Irgendwie so ein funktionierendes Cockpit zu machen. Das ist mir ehrlich gesagt zu schwer. So, da purzelt alles runter. Flugzeug purzelt runter. Ah, so, jetzt zerbricht es endlich. So, und jetzt suche ich mal einen Flugschreiber. Ah, wie gesagt. Nenn es einfach anders. Nenn es nicht 747. Weil damit hat es leider nicht so viel zu tun. Wie gesagt, es ist nicht böse gemeint. Ihr wisst das. Ihr wollt von mir Kritik haben. Ihr kriegt Kritik. So, als nächstes Bus Driver 242, eine Donya 335. Die hatten wir jetzt schon ab und zu mal im Programm. Akuma, ey, schön. So ein bisschen mit verschiedenen Farben gearbeitet. Quasi so ein bisschen Tarnanstrich. Das mag ich ja. Die Krümmer vom vorderen Motor. So ein bisschen mit Flügeln dargestellt. Zeig mal, wie sieht das ohne die Connector Points aus? Boah, sieht schon nicht schlecht aus. Aber jetzt bin ich mal gespannt, wie das fliegt. Ich habe ja mittlerweile gelernt, dass diese vorne-hinten Dinger voll schnell sind. Aber da sehe ich jetzt wieder so, da habe ich ein bisschen Schiss, ey. Ich hoffe, dass das von alleine abhebt und ich da ganz, 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 ganz wenig machen muss, weil sonst setzt es hinten auf. Ah, das hebt ziemlich gut ab. Das ist schon mal sehr positiv, sehr gut. Jene Menge MGs. Aber das fliegt erstaunlich nett wieder. Sehr gut. Mal gucken, ob das super MGs sind. Einfach mal draufhalten. Irgendwas trifft es da vorne bestimmt schon. Ne, hier sind keine super mega tollen MGs, aber Gott sei Dank, weil die zerschießen mir immer die FPS. Also wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, bitte nicht diese über, übelst assi MGs reinbauen, weil da stürzt ab und zu auch gerne mal das Spiel ab. Mal gucken, wie die so ein Tiefflug ist. Weil die fliegt sehr gerade, wenn ich das jetzt so richtig sehe. Ups. Entschuldigung. Da muss ich mich erstmal so ein bisschen rantasten. So. Alter, die fliegt auch, die fliegt Biene 1 geradeaus. Das ist ziemlich gut. Da ein paar Bömmchen dran und dann kannst du, oder Torpedos, das wäre halt geil. Ich bin tatsächlich momentan im Überlegen, ob ich das mal ausprobieren soll, für die nächste Baufolge einen funktionierenden Torpedo zu bauen. Also beziehungsweise ein Schiff, das ein funktionierendes Torpedo abfeuern kann auch. Weil das ist gar nicht so einfach. Weil der soll ja ein bisschen schwimmen, aber soll nicht an der Oberfläche rumtanzen und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist gar nicht mal so einfach. Das ist aber... Autsch. Das ist auf meiner Liste drauf, okay. Keine Super-MGs. Aber irgendwas ist da gerade wieder explodiert an dem Teil. Aber schönes Flugzeug, ey. Schönes Flugzeug. Ich mag es, dass hier überall so ein paar kleine Farbtupfer drin sind. Weil das ist halt echt schwierig bei Simple Plains. So Tarnanstriche oder sowas zu machen. Sehr gut. So, zwei Stück Hämmer noch. Einmal nochmal vom Henry SCP eine BF109. Die habe ich auch im Technik Museum gesehen. Ich weiß nicht, was für eine es war. Es gibt ja tausend verschiedene Versionen von dem Ding. Aber... Richtig nett. Richtig nett. Ach, wie süß. Ein bisschen klein, ein bisschen kurz. Da stimmen die Proportionen nicht. Das ist das erste, was mir auffällt. Also die Schnauze im Vergleich zum Heck ist zu lang. Beziehungsweise das Heck ist zu kurz. Und irgendwie ist es... Es sieht voll nach Spielzeug aus. Sieht voll nach Spielzeug aus. Aber eigentlich ganz cool. Viele Details dran. Die Farbe ist richtig. Wobei es kommt auch wieder tatsächlich drauf an, welches Modell, also welche Seriennummer von der BF. Weil die gelbe Schnauze ist... Ah, bei welcher... Wow. Ich spiele ja ab und zu mal tatsächlich War Thunder. Ich weiß, lieber Seras, lieber Marco, das steht noch bei uns auf dem Plan drauf, zusammen zu zocken. Aber momentan... Ich wirklich immer nur so ganz kurz zwischendurch mal eine Runde oder so. Aber das macht ja keinen Sinn zum Aufnehmen. Da habe ich... Vier verschiedene BFs in meinem Sortiment. Oh, die fliegt aber toll. Alter, die fliegt mega gut. Großes Kompliment. Und da habe ich auch... Ah, da habe ich auch eine mit der gelben Schnauze. Ah, welche ist das? BF 109 S4? Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht werde ich mal gucken. Vielleicht werde ich auch demnächst mal alleine ganz kurz einfach nur ein Video zu War Thunder machen, mit was ich da so rumfliege. Aber zocken werde ich wahrscheinlich dann nicht so mega viel. Das wäre Asi gegenüber den 2. Den habe ich es nämlich schon versprochen. Aber gut. Egal. Aber wie gesagt, ey, die BF hier. Respektabel. Respektabel. Oh, ist das knapp, ey. Die ist toll. Fliegt super. Fliegt nicht sehr schnell. Also meine Lieblings-BF. Was habe ich denn da drin verbaut? Vier Maschinenkanonen und zwei MGs, glaube ich. Also das ist meine Lieblings-BF, weil die anderen noch nicht so weit researched sind, weil ich halt wie gesagt kaum spiele. Und die Schaft 675 kmh, glaube ich. Ja, ich glaube. Oder 655. Sowas in der Richtung. Dann dürften wir hier mit drüber sein. Scheiße, jetzt habe ich vergessen. Im Umrichtungsfaktor war es 1,2 oder 1,6. Scheißendreck. Ich glaube eben hat man 425 Meilen pro Stunde mal 1,2. Währends 510 kmh und 1,6 wären wir bei 680 kmh. Verdammt, ich habe die Richtung vergessen. Naja, egal. Aber das Ding fliegt echt Bombe. Also ein großes Kompliment an dich, lieber Henry. Und als letztes haben wir heute noch einen taktischen Form von Vico. Auch das. Der baut so schöne kleine Sachen. Der baut immer so schöne kleine Sachen. Wobei, ah, mhm. Das sieht doof aus. Ihr das hier an der Seite. Das sieht nie so schön aus. Vor allem, ich glaube, das werde ich mir gleich mal kurz gucken. Ich glaube, das braucht man nicht mal Vico. Aber das ist wirklich ein taktischer Bomber. Ein taktischer Bomber. Schnell, klein. Ein paar Bömmchen. Also nicht komplett zu gerotzt mit dem Zeug. Ach, guck mal, das springt sich so zur Seite weg. Okay. Und die gehen einfach nach unten. Läuft. Warte mal, jetzt will ich mal kurz was ausprobieren. Ich starte das mal schnell in der Luft. Ich will mal kurz einen Anflug auf den Flugzeugträger machen. Und ich hoffe, dass ich einfach, wenn ich die Eins oder die Zwei drücke, die Bomben einfach abfallen. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe, müsste das der Fall sein. Aber zur Form. Sehr schöne Form. Ja, nur irgendwie die Triebwerke hätte man irgendwie ein bisschen anders platzieren können. Die sieht irgendwie so drangepappt aus. Aber gut, das ist Geschmackssache. Sagt der Affe und bis in die Seife. Also das ist jetzt keine große Kritik. So, und jetzt machen wir mal. Ja, die fallen alle ab. Habe ich es mir doch gedacht. Nein, und voll vorbei. Scheiße. Schade. Schade. So, und jetzt gehe ich da einfach kamikazenmäßig mal drauf. Stirb. Immer kurz gucken, wie hast du das gemacht? Ey, ich check das immer nicht. Okay, die Bomben haben überhaupt keine Gruppe, sondern die Detacher. Also die Pylonen. Okay. Das werde ich auch mal ausprobieren. Ich würde sagen, das war es für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi.